Insgesamt 16 Jahre, von 1996 bis 2012, schipperte Rüdiger Joswig, 69, als Kapitän der ZDF Küstenwache über den Bildschirm. Heute Abend ist er bei In Aller Freundschaft, ARD, 21 Uhr. Im Bild-Interview erzählt der Schauspieler, was er für ein Familienmensch ist und über Sparmaßnahmen und Jugendwahn im TV. Jürgen Lummer, Rüdiger Joswig, R. hat sich den Fuß gebrochen und wird in der Sachsen-Klinik von Dr. Philipp Brentano, Thomas Koch behandelt Foto, MDR, Saxonia Media, Kisi spielen einen Patienten, der Kontakt zu seinem Sohn sucht. Was für ein Familienmensch sind sie privat? Rüdiger Joswig, nun, die Kinder sind schon groß und dadurch, dass wir an verschiedenen Orten leben, können wir uns nicht ständig sehen. Mein Sohn lebt schon seit 20 Jahren in Los Angeles, nur meine Töchter wohnen in Berlin. Aber es gibt seit Jahren ein Ritual, am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen alle Kinder zu mir nach Hause. Ansonsten genieße ich sehr das gemeinsame Leben mit meiner Frau. Seit 14 Jahren sind die In Aller Freundschaft Schauspielerin Claudia Wenzel, 58, und Rüdiger Joswig glücklich verheiratet. Foto-Agency People Image auffallend ist, ihre Kinder sind nicht in den Schauspielberuf gegangen. Haben Sie ihnen abgeraten? Joswig, mein Sohn Sascha arbeitet als Produzent und Drehbuchautor in Los Angeles. Die Schauspielerei ist ein wunderschöner Beruf. Man kann Gipfel erklimmen, aber man muss manchmal durch ganz dunkle Täler schreiten. 85% der freiberuflichen Schauspieler sind arbeitslos. Als einer der Gründe für seinen Traumschiff Abschied nannte Sascha Hain unter anderem die Sparmaßnahmen bei der Produktion. Wie sind Ihre Erfahrungen? Joswig, es wird sehr viel gespart, aber das muss nicht immer negativ sein. Als ich jetzt bei der Sachsen-Klinik gedreht habe, gibt es dort zwar auch ein hohes Tempo, aber der Druck wird nicht auf die Schauspieler übertragen. Die Sparmaßnahmen bei den Produktionen sind auch nicht neu. Als ich die Küstenwache gedreht habe, hatten wir 1997 noch 12 Drehtage pro Folgen, später waren es nur noch 7,5. Auch der Tatort hatte früher 38 Drehtage und heute nur noch 22. und wirken sich die Sparmaßnahmen auf die Gagen aus. Gibt es heute weniger Geld als früher? Joswig, ja, die Gagen sind auch vom Sparen auch betroffen. Als die privaten Sender auf den Markt kamen und eigene TV-Filme produzierten, sind die Gagen für Schauspieler explodiert. Das wurde inzwischen alles wieder sehr zurückgefahren. Diese Rolle machte ihn berühmt. Bis 2012 spielte Rüdiger Joswig Kapitän Ehlers auf der Albatross in der ZDF-Serie Die Küstenwache Foto-Schneider-Press Jetzt verbindet man mit ihnen immer noch die Rolle des Kapitän Ehlers, wäre Traumschiff-Kapitän nochmal eine Traumrolle für sie. Joswig, Wolfgang Rademann hat mich damals zweimal gefragt, ob ich die Rolle des Kapitäns auf dem Traumschiff übernehmen möchte. Das erste Mal ging es aus zeitlichen Gründen nicht. Sie gerauch wurde Kapitän. Beim zweiten Mal passte es gut, weil ich gerade als Kapitän Ehlers bei der Küstenwache aufhörte. Aber der Sender wollte lieber Sascha hin, weil er damit das junge Publikum ansprechen wollte. Bei dem heutigen Jugendwahn wird der neue Traumschiff-Kapitän bestimmt ein 19-Jähriger, aber sie stünden zur Verfügung. Joswig, sagen wir mal so, ich bin gerne Kapitän. Ich habe damals nach 16 Jahren die Küstenwache nur verlassen, weil ich halt auch nochmal andere Rollen spielen wollte. Aber auf See und an der Luft zu drehen, ist wunderbar. Mehr Promi-News gibt's auf Bild Facebook. Jetzt folgen. Also, ich glaube, ich weiß nicht. Masch das ist wunderbar. Ja, ich hoffe, ich habe nicht mit denganoen. Vielen Dank.